Mit den Locken, du siehst es schon für mich. Erzähl mal deine Idee für die Buchkämpfsession, die du halten wirst. Ja, ich denke, wenn wir die Buchmenschen artgerecht halten, kommt da was sehr Schönes dabei raus. Momentan sind die Strukturen, die wir haben, unvollkommen. Und wenn wir uns mit den richtigen Methoden nähern, dann kann da was Schönes draus werden. Und die Session könnte zum Inhalt haben, wie finden wir geeignete Formen, in denen wir uns austauschen können, unsere Gedanken sortieren können und dabei das Beste aus der Zeit machen.